Einen wunderschönen guten Tag Freunde, ich grüße euch. Seid ihr bereit, meinen völlig übertriebenen Wohlstand zu sichern? Wir kaufen heute mal wieder ein Windows 10 Pro Key. Warum? Nun, ich dachte mir, mein völlig neues Format hier an den Start bringt, Freunde. Wir brauchen ja ein bisschen Abwechslung. Ich muss euch ja immer mal wieder was Neues bieten und da dieses Format ja ohnehin mein absolut erfolgreichstes ist auf dem Kanal, ziehen wir es durch. Ich bin hier schon auf der Seite, verlinke ich euch in der Videobeschreibung und ich habe auch wie immer einen Gutscheincode. Das ist immer noch back to school. Ich kann hier sogar ein Herzchen dran machen. 20,43 Euro, der Gutscheincode. Ihr könnt ihn mitsprechen, Freunde. Wir ändern das aber auch nicht. SM und 20. Und wir sind bei 14,30. Dann Mischstellungen abschicken. Wir werden den Kiwi immer testen. Ich bin gespannt, ob es da einer ist. In letzter Zeit war es ja immer der gleiche. Zahlungsoptionen, haben soweit nichts geändert. Ja, was ist eigentlich MINT? 12%? Ich nehme Paypal. Oder doch Alipay. Ah, Alipay, aber auch 1%. Ja, Paypal ist kostenlos. 9% of Giro Pay. Your order has been created successfully. Und jetzt habe ich hier meine Bestellung. Hier hidden Schlüssel und Codes anzeigen. Und dann holt ihr den Schlüssel. Ich präsentiere euch eine völlig neue App oder Software, wie wir das früher nannten, als ich noch jung war. Show Key Plus. Damit könnt ihr euren Microsoft Key überprüfen. Das machen wir an der Stelle auch. Ihr findet die Software natürlich über Google. Wieder Windows 10 Professional OEM. Das ist sehr interessant. Okay, wir befinden uns in den Aktivierungseinstellungen von Windows 11 Pro. Wir versuchen jetzt, das haben wir ja vorher noch nie gemacht, mit dem Windows 7 Pro Key, den wir gerade gekauft haben, Windows 11 Pro zu aktivieren. So, Windows aktivieren. Die Aktivierung von Windows gewährleistet eine optimale reibungslose Benutzererfahrung. Ja, dann aktivieren wir mal. Windows ist aktiviert. Hat funktioniert. Was für eine Überraschung. Das Ganze funktioniert dann mit Office genauso. Ähm, Office 2019. Das kauft man jetzt nicht. Wir gucken jetzt einfach mal, was es nach dem Gutscheincode kostet. SM20 ist natürlich teurer als Windows. Und dann kommen wir hier auf 42,57 Euro. Schön, dass wir das auch nochmal durchgegangen sind. CDK, die jetzt, ihr habt zwei Stunden mitbekommen, ist ja eigentlich logischerweise Softwarehändler. Nicht wahr? Und ich sage ja meistens bloß Windows 10. Die haben im Prinzip alles mögliche an Software zur Auswahl. Origins, Steam, Uplay und so weiter. Naja, also eigentlich verkaufen die viel mehr Games. Das heißt, diese Microsoft-Produkte verknüppeln. Aber Windows ist nun mal relativ populär. Und jetzt dazugekommen ist jüngst auch Hardware. Haben die ja vorher gar nicht verkauft. Passt ja aber eigentlich. Das passt auch an das Sale. Das nennen die dann, das heißt ja Back to School. Back to School Physical. Weil sie jetzt ja physische Produkte auch anbieten. Habe ich ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Der Rö fancy Keyboard. Also sie haben sogar auch teurere Sachen, wie ihr merkt. Das ist ja eigentlich schon Import. Fünf bis sieben Werktage. Ja, das müsste Import sein. Und ja, 135 Euro. Also die haben auch teurere Sachen. Die haben nicht nur günstigen Krams. Also mehr oder weniger. Da gibt es hier auch einen Gutschein-Code. Die haben für alles einen Gutschein-Code. Habt ihr schon mitbekommen. Der steht aber, glaube ich, sogar einfach auf der Startseite. Der heißt einfach nur VIP. Also es ist jetzt keiner, der auf mich zugeschnitten ist. Ja, hier steht es auch 15% Gutschein-Code VIP. Und da bekomme ich dann auch demnächst, ich habe ja schon was vorgestellt, eine Tastatur. Genau, die war echt vernünftig gewesen für den Preis. Ich kriege jetzt auch noch ein Headset. Und ja, mal schauen, wie die sich dann hier auch so als Shop danach etablieren werden. Und ich stehe auch so klein und sage, oh hier, schaut mal, 250 Euro. Äh, Quatsch, Dollar. Die Marke kenne ich nicht, aber die haben auf jeden Fall Edith hier. Und das ist ja wirklich eine bekannte Audio-Marke. Ich verlinke es euch unten in der Videobeschreibung. So ein paar Products, Freunde. Und die Gutschein-Codes habt ihr ja gelesen. Steht aber auch in der Videobeschreibung. Ich danke euch wie immer für das Zuschauen und für euren starken Support. Dafür sind mich die Videos hier auch da. Bis dahin, euer Möschus. Bis dahin, euer Möschus.